Lasst uns die Spiele beginnen! Hoho mein heiliger Gegner! Bist du bereit für das Fortnite? Hohohohoho! Mein junger OG-King! Nein, nein, ist kein Problem für mein Fort! Hohohoho! Tu dein Bestes! Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal! Hier ist Shin Yakuza mit einer neuen Folge von Fortnite Season 4 Chapter 2! Und ja, Krasse, dreht nicht durch! Und ja, Leute! Wir wollen ja erstmal Duo machen und danach Gruppenkeile, richtig? Ja! Okay, Leute! Dann würde ich mal sagen, lass doch nicht so lange quatschen und wir fangen direkt an! Hast du was zu sagen, Uji? Nö! Okay! Leute, ihr seht gleich was entgegen! Äh, Jin? Ja, Uji? Gehen wir auf Karriere? Ja! 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 Siehst du dort so Solo-Siege? Ja! Jetzt ist es weg! War dort ein Sieg Solo? Nutz die Shit-Tecke, um insgesamt mehr Schaden auszuhalten zu können! Ja! Oh, mein Herz! Ich hab' auch noch Mut! Ah, der Sieg am Bett! Ahaha! Äh, er macht das nicht extra! M-W-er-er-er-er-er-mach das nicht! Er weiß, warum er das macht! Warum? Um dich zu ärgern! Ähm, äh, äh, Leute! Kennt ihr diese Nintendo Switch? Ja! Wenn ihr das- wenn ihr das kennst, schreibt es in die Kommentare! ich glaube es können alle okay und mein mein papa spielt das mario karton jeder muss es kennen mein papa spielt das mario karton und einer ist auf ihn gelandet und dann und dann er so genau auf mich ja 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 was ist das was ist das von dieser was ist das von dringend guck mal mein guck mal mein eh guck mal über dir oh hi komm rot haus ja ja ich komme ey guck mal was für ein Fall für mich hat äh lass auf ihn gehen geh auf ihn wir können ihn zusammen spitzacken okay gut Hilfe okay okay wo ist der andere wo ist die wo ist ein Waffen oh scheiße keine Waffe okay gut lass uns lass da kommen lass das soll kommen das soll kommen ey draußen ok gut naja ne warteis komm 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 Warte, ich rüte auch. Komm ja, rüte. Okay, weiter. Pass auf, ne? Ich hab noch ein bisschen hohle. Okay. Oh mein Gott, was hast du getan? Hör mal ne Karte. Ah, wieso kann ich nicht schießen? Ah, noch eine Runde? Ja. Ja, nicht mein Schuh, du wolltest Schalti. Oh, sorry. Sorry. Ich bin aus dem Lobbygang. Und man kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Wow. Hallo? Hallo? Ja, ja. Ey, was ist das? Alter, warum ist das schwarz hier? Nicht mal entscheide ich. Ja, entscheide. Wieso laden mich alle ein in die Party, wenn ich immer Video mache? Aber wenn ich kein Video mache, laden die mich nicht ein, ha? Hallo? Warte. Wupp. 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 Ey, komm mal her. Komm mal her. Was ist? Bleib mal stehen. Hm? Hm? Hast du, äh... Hast du die hier? Bedankt dem Busfahrer. Die gehen holen die Hatches. Hm? Bedankt doch dem Busfahrer. Du musst ganz links, ganz unten. Ach so. Jetzt, jetzt soll's verstanden. Aha. Damit kannst du die Busfahrer müssen. Hm. Ich kann dringen. Du weißt, was ich alles kann. Ey, siehst du das? Siehst du das? Siehst du das? Siehst du das? Nice Event. Ich noch mal ein gutes Hinweis, ne? Wo geben wir? Blau Haus. Okay. Einer ist dort hier. Gelbe Haus gelandet, ne? Gegen blaue Haus. Komm, blau Haus. Du gehst unten? Dort ist auch ne Kiste? Ja. Da ist keine Kiste. Doch. Oh. Eigentlich war dort immer eine Kiste. Bist du unter mir? Ja. Die ganze Zeit Steps. Brauchst du Waffe? Das bin ich. Ja, ich brauche ne Waffe. Komm. Ah, Pistole jawoll. Geh nimm. Geh nimm. Geh nimm noch am Weg. Ey. Da. Noch einer geschlossen. Ich geh nicht halt. Warte 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 Warte. Bleib bei mir. Bleib bei mir. Ja, warte Warte. Hast du einen? Nein. Okay. Ich leg ihn ab. Hier. Gut. ja wir haben schon einfach alles geholt alle oh da ist ein pumpkin alter soll ich was zeigen komm mal her warte was ja was denn das ist was cool ist das nennt sich bennig fischi guck hier rein warte ja sag mal den bing hier war dort rein ja das ist nix das ist nix warte 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 ich bin kurz ich hab ihn bleib oh mein ich denke was ist natürlich krass ist okay verstecken wir uns erst mal jetzt mal hier rein alter was geht hier kommt aber gar nichts erst mal oh man das war knapp ey ich zeig dir was das händlich oh was willst du mir zeigen komm ja jetzt musst du warten ja komm geh mal hier rein was ich zeig dir was guck mal wenn du hier dich einbaust ne ich kann nix machen ne ja guck und ich mach jetzt diesen guck ich mach hier einfach jetzt eine treppe und guck mal oh sorry und ich bin bei dir drin ah cool ah was ist da hier hier nehmen hast du äh Snipermonie ja ja ich hab null danke nimm Sniper ich hab goldene ey hast du eigentlich Minishields nein leider nicht komm weiter jetzt müsst ihr jetzt nach äh äh Vorräte suchen und Getränke steig ein ja komm zu mir hast du Metz wie viele Killz hast du eigentlich vier ich hab einen manchmal lettest lettest du mir auch manchmal den Arsch ja so ich hab dir ähm wo wir bei Arturity gegangen sind warte ach scheiße komm weiter warte ich kann ich kann ihn wieder zurück machen ja was wolltest du sagen äh ah okay das ist Rift komm spring da rein wo er Ja komm Pass auf ne, wenn da Schwitzer sind, musst du schwitzen Warte mal kurz, ich gehe in den Baum Da ist einer Da sind zwei Ich gehe hier in den Baum und versuche die zu snipen Ich auch Äh, wo bist du? Du bist komplett an deiner Seite Okay, was machen die da? Die kämpfen Aha, sollen wir einmischen? Nein, warte erstmal Ah, Mann Oh mein Gott Ah, ich bin auch tot Was ist denn bei dir? Hat er deine Karte genommen? Nö Er weiß nicht, wo ich bin Er weiß nicht, wo du bist Okay Okay, okay, okay Hol mal eine Karte Ja, ich versuche es Mach eine Treppe Mach eine Treppe nach oben Bau eine Treppe Ja, und mach das erst kaputt Und geh in den anderen Raum Kannst du meine Pankrand holen? Warte Warte Ey, wie viel er fehlt? Wir haben es von euch Wissen Psst Sei leise Du hast hier ein sehr schlimm Ja, Klappe Was machst du da? Ich verstecke mich Die Die, äh, das fällt auf, ne? Guck, was die machen Wenn die weg sind, kannst du mich wohl reisen Ich glaube, du kannst mich wohl reisen Warte Halt die Klappe, okay? Rechts von dir Hier, meine Waffe Nichts, nichts machen, okay? Nichts machen Weg von da Weg von da Weg von da Ich brauche erst, ich brauche erst mal Ich brauche erst mal richtig Erst mal ein Schild oder sowas Macht gar nichts, okay? Ich suche nur nach Schilden Hier ist das Nein, 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 nein Okay Warte, ich weiß Warte, ich weiß Dieser Haus Ich weiß, wo noch eine Kiste ist Sei leise Ist denn das? Direkt? Okay, weiter Mach dir zu Ja, genau Ja, bitte Boah, die haben alles geplündert Die Wichsers Geh weg Geh es auch um den Warte, nichts machen Okay, die haben Okay Nichts machen Versteck dich Ja, ich bin hier Ah, scheiße Nein, 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 nein Oh Nein Okay, go Alter Ey Ich nehme dich nicht mit, ne Und ich mache mein Ist stummig, okay? Mhm Wo bist du? Oh, das ist geil Oh, das ist geil Oh, das ist geil Ja, Leute Wir müssen auf OG King Erstmal warten Ja, ich nehme dich Jooo YGIN! Wo warst du? Okay, dann mach Gruppenkeile. Challenge? Ja. Pumpkan-Challenge. Ich würde das tun, Challenge. Pumpkan. Okay. Pumpkan-Challenge. Pumpkan-Challenge. Haha, guck mal. Wer ist denn? Wohin gehst du? Ah, ich geh... Wohin gehst du? Äh... Katie Caller. die korn aber für so heftig mindestens 18 gegangen danke für diese drei christen und dann nicht abgang nein ja darf man auch diese darf man auch jede punkte auch jeder ja jeder ja das keine punkte auch egal jetzt ja nur einfach nicht ja Mhm. Ei! Ah! Ben! Oh! Oh, Mann. Oh! Was ist los? Oh, wieso finde ich das? Wieso finde ich genau die Waffen? Ah, Waffen. Ja. Hm. Okay. Dann. Komm! Klappe! Pro-Angle. Ah. Ich brauche nur noch Steine. Nichts, warte! Nichts, warte! wa? Okay. Ey, ich find nur die Shrubpumps, die, die, äh, die Combo-Shots haben die voll schlecht geworden. Ja, warte mal, warte mal, ich bin, ich bin grad beschäftigt. Ey, was, ne, du hast so beschäftigt. Mach Klappe, ich bin grad beschäftigt. Wo ist das? Ey. Okay, komm, bitte, bitte. Ja. Ey, Joll. Ja. Ich hab'n goldene Pumpgun. Ausrede, 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 Ausrede. Ich hab'n goldene Pumpgun. Papst, sei leise. Was? Was ist? Guck mal, ich hab'n goldene Pumpgun. Darf ich die goldene Pumpgun haben? Guck. Nicht schlecht, ne? Nein, die ist gut. Ich hab'n. Die ist aber wirklich schlecht. Dann gib mir die! Nö. Wieso? Welche Pumpegun hast du? Äh, ich hab ne blaue Schalke, der ist der Pumpegun. Und die ist extrem gut. Du machst einmal Headshot, 150 Schaden. Okay. Dann darf ich die haben. Ist die schnell? Äh, ja. Okay, komm her. Ja, ich versuch's. Nee, die ist langsam, nee. Ja, ich, äh, ich geb dir. Ich komm jetzt bei dir, ich komm zu dir, warte. Ah, fuck you. Ich will nur, ich will nur meinen Pumpegun wechseln, Noah. Wo ist das Problem? Komm, ich bin hier. Oh, okay, die ist besser. Wie schnell. Das ist sie. Äh. Schieß doch einmal mit dem, wie stand schnell. Wie viele Kild hast du? Keine. Nein! Wie viele Kild hast du jetzt? Keine? Keine. Ich hab zwei. Ich meinst du. Ey, lass uns weitergehen. Du Abstauber. Nee, das war, das war der mit den gelben. Äh, gut. Okay. 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 Du hast Sniper. Ich seh das. Ich seh das. Ja, ich hab nur Sniper. Javi? Hallo, das war geräumt, ne? Lootrapp! EI! Renegade! Oh mein Gott, ich dachte schon. Ich dachte schon. Ich dachte schon, Renegade Raider. Aber nö! Warte, warte, warte. Warte. Renegade Raider hat ein Sechner skin. Mhm. Ah, nie, 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 nie. Ja. Hast du einen? Ja. Und der Ge... Boah! Was war das für ein Movement? Oh mein Gott. Was war das für ein Movement? Er kam von hier oben. Ich bringe... Ich bringe... Ich geb dir einen Ruhlapp-Schäuber halt. Okay, okay. Komm her, komm her. Wo ist der Nächste? Oh mein Gott! Ich will den Kölzer abzunehmen. Oh, wow, wow. Ah! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. tschüssi ah fuck you ich hab ich dir nicht mal alter 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 komm ich editle jetzt ich hab ich 1 kleiner entwurzert welche kilder hast du? warte doch mal! wir sagen das ende des videos was? wir sagen das ende des videos ja warte wir müssen noch 6 kilder holen guck doch wir gewinnen Ah fuck you fuck you fuck you fuck you Hey, dass du mich erwischen kann ey, das ist unfassbar Was für unfassbar Komm her Wie viel Kitzel hast du? Ich weiß nicht Ich hab zwei Ich hab acht Gut, jetzt nochmal Jetzt machen wir Pistolen Challenge Okay Warte, ich muss drauf Ja, warte Ich mach nicht auf Okay Ja Leute, wir machen noch Pistolen Challenge Danach beenden wir das Video Das ist Lama Nach dem du suchst Nicht das Lama, nach dem du suchst Gruppe könne Komisch Ich verstehe das nicht Warum Ich mach mich auf Oh, geil, neben mir. Oh, geil, neben mir. Oh, geil, neben mir. Okay, noch einmal. Oh, geil. Ich habe neue Spitzhacke bekommen. Was für eine? Ich kann das dir nicht zeigen. Ach ja, doch, doch, ich kann es dir zeigen. Warte. Ich war schlauer als du. Ach, Klappe. Was ist 265 plus 265? Keine Ahnung. Okay, guck. Hä? Guck. Du bist zu viert? Guck. Aha. Vielleicht zeige ich dir meine Spitzhacke. Lass mal, ich soll die Wange lassen. Okay. Sorry, sorry. Ich sage... Komm bitte, hau die Hähnchen. Bitte. Fortilla. Fortilla? Mhm. Ich gehe auch, Fortilla. Wohin, gehst du schlöpig? Gehst du schlöpig? Nein, Fortilla. Ja. Okay. Fortilla. 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 Ich komme mit, ne? Mir ist egal. Der Fortilla ist fast komplett überschritten, ne? Ist mir egal. Ist mir egal. Und direkt eine... Und direkt eine Nichts. Man hat so wenig Schlüpf, ne? Soll ich mal die Edits zeigen? Nein, Katzen... Nein, musst du mir nicht. Leute, weil ich so schnell edite... Ihr wisst, ich bin Kontrollhofer hier. Oh mein Gott! Minion! Hä? Wo ist das jetzt? Was denn? Ja, ein Pistole. Was denn sonst? Ja, ein Pistole. Ein Gingler, komm zu dir! Mega. Dann werde ich verkloppen. Ja, verkloppt! Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, was ist das? Das ist meine Kiste. Ey, ich finde nur die Liste! Ach, Pistole. Ach, eigentlich Pistole. Hast du schon Pistole? Kannst du nur eine Pistole bitte geben? Ich habe... Nein, ich habe... Nein, ich habe nur eine. Was ist das? Nur die Liste! Nur... Hier ist nur die Liste! Das... Wenn ich eine finde, dann... Dann gebe ich da eine, okay? Ja. Oh mein Gott! Was? Mhm. Ähnlich! Nimmst du fünf Pistole? immer noch keine pistole oh mann wo denn die pistole wollen wir sind schon in der zone ich habe nur eine pistole hey klau nicht mein staff was klau nicht mein staff ich weiß was das bedeutet nein ich darf bedeutet gut okay wieso klau alles meine alle meine staff ach klappe hast du hast nur äh was sagen schenk oh level 38 ich bin level 60 bist tot ich bin immer noch im quartier haha ah fuck you ey tschüss tschüss komm runter Väter ja endlich wieder wo haben wir Pistolen rausgenommen ey das ist doch das ist doch das ist doch oh man ich bin level 60 ernsthaft du fragst mich wirklich wie viele kitsch ich jetzt habe null richtig ich hab auch nur ich bin level einer ist doch immer noch im rollen die Hatches volle Unfall die haben alle voll gute Waffen endlich ich ich bin von allen Seiten angegriffen alter was für ne pass auf hinter dir komm her komm her komm her komm her ah oh mach Du mal ne ich hab muut ich hab i n kill und jetzt auch einebestellte cos ja die sagen am ende ja danke 25 25 60 ich hab's gesehen Habs geseh'ner? Ja. Oh mein! Ah Jure! Wir haben alle Pappgans, alles! Alter! Das läuft denn! Ich hab's gesehen! Hier bin ich dran! Ah! Danke endlich für den Laser! Hab ich ihn endlich! Wer bleibt? Wo bist du eigentlich? Ich bin hier! Ich bin hier bei ganz oben, wo du immer gestorben bist! Ach so! Ja! Ja! Auf! Pass auf! Ich hab' dir! Danke! Ich hab' ihn! Ich hab' dir geholfen! Pass auf! Pass auf! Oben ist noch einer! Alle geh' auf dich! Alle geh' auf mich! Alle geh' auf mich, ey! Wir alle auf dich stehen! Ja! Ja! Oh mein Gott! Ich hab' richtig viele Kills! Ey! 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 Dumpen gut auspacken! Okay! Ey Junge! Paska vier! Peter unter Stich 4 E-Berf Nein. Wo sind die? Ah Fass, ich hätte den Fasser bestehen. Ja, war klar. Ah, ja klar, von hinten. Ja, genau wie ich das wusste, jetzt was wir haben. Aha! Ja! Ich wusste! Ich bin Gott! Ich bin einfach Gott! Ich bin einfach Gott! Ich kann noch genug Kills machen. Ey, die Abstrauber! Pass auf, hinter dir! Die Abstrauber sind on the way! Ja! 104 Meter! Oh, scheiße! Nein! Nein! Ich hab's gesehen. Ich hab ihn aber fast geholt. Komm her, ich geh jetzt dich! In mir ich! Na, du musst ihn. Ey, die überholen die! Ah, scheiße! Die müssen die überholen! Komm, komm, komm! Ich hab ihn aus der Luft! Oh mein Gott! Ja! Ja, ich hab ihn gehofft! Sieh! Bitte! Oh mein Gott! Wir können es nicht schaffen. Ach man, okay die haben gewonnen. Oh mein Gott! Die Charme ist nicht auf der Weg! Nein! Nein! warte ich habe 14 und du ja und du mein gott ok ok leute manchmal sagen wir machen wir wenden hier das video und ja das war ich knapp richtig sehr 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 knapp und ja wenn euch das video gefallen hat dann lasst bitte ein abo unten like das würde mich wirklich sehr freuen und wenn ihr mehr von mir sehen wollt dann wisst ihr bescheid was wir machen müssen ihr könnt ihr könnt mir unten gerne einen kommentar hinterlassen ich will das mal auf jeden fall anschauen und ja leute vielen herzlichen dank an die leute da draußen die wo mein video supporten und unterstützend und dass sie jetzt zukünftig auch weiter unterstützen werdet vielen herzlichen dank an an euch und ja dann sagen oruba ciao bis dann euer jennyakusa tschüss hast du was zu sagen und